glaube ich so bringt es überhaupt nichts das irgendwie nicht verbinden können ähm so dann drehen wir das da und das so gut aber das ist ja bloß jetzt 1 9 wieder, wenn ich jetzt hier wieder drehe, dann ist das so 9 verbleiben wir uns doch noch so, aber wie können wir denn die anderen da müssen wir irgendwie verbinden äh so vielleicht so und dann den so verbinden und dann den so ne machen wir es mal so und den drehen wir dann so und den ah cool 5 fehlen uns jetzt noch äh ne so 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 und so so verbleiben es noch 5 immer noch 5 ich muss die hier irgendwie verbinden aber die Frage ist wie hier machen wir mal so dann drehen wir mal so 4 haben wir jetzt nur noch und dann so aber das bringt nicht viel 3 3 gut so und dann da noch jetzt fehlt bloß noch die 3 aber die Frage ist wie wir die hier verbinden können dann da jetzt geschafft boah ich ich hätte nie gedacht dass ich mal so ein Rätsel richtig schaffe ohne auf lösen zu drücken ich bin ja richtig stolz auf mich mein Haus mein Haus Lager Kiste was brauchen wir denn Kettel Malpinsel gegessener Apfel gegessener Apfel gegessener Apfel gegessener gegessener Apfel mit mehr Seiten wie das sieht sicher besser wird besser werden ein gegessenen Apfel ist aber im Bauch oder im Magen drin und jetzt nicht hier was war das hier gerade Pferdeschwanz ah und jetzt achso gut eine Moskete achso Musiknote oh ich muss total verlesen Piratenhut wo ist denn der Piratenhut wo ist denn der Piratenhut da 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 ne ganz falsch angegessener Apfel ist hier gegessen Apfel guckte es hier im Bauch war schon nicht drin glaube ich aber nicht aber egal du hast ihn gegessen dann Bottich naja man kann auch einen Apfel ganz essen mach ich auch öfters manchmal so Waage Zirkel Waage 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 Kiste was brauchen wir denn hier eine Musiknote da ist sie doch die Waage steht wahrscheinlich hier oben Kette 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 wo ist die Kette Kette Jagd Jagd Piratenhut 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 also Jagd na klar Kette hat doch sich hier jemanden um um den Hals oder den Zirkel der ist hier Kiel ein Schlüssel ein Schlüssel da ist die Zirkel Piratenhut immer noch Kette wo ist denn die Kette Hette Hette Fahrrad Kette das ist noch ein Bargel 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 ähm Gitarre ja da hat das Huhn dann eingelegt ganz klar ich spiele meinen Hühnern auch immer wieder vor ne das ist wissenschaftlich bewiesen glaub ich weiß ich auch noch nicht hab ich jetzt einfach nur so gesagt aus Juxentolerei das Boot aufrüsten mach ich auf jeden Fall jetzt mein Haus ist auch das letzte da gehen wir auch rein oh ich sehe so ganz nobel aus das Leben in diesem Haus erinnert mich an das gute alte England suche 10 Schachfiguren noch verbleiben 10 Schachfiguren da ist noch eine 2 3 4 5 6 6 und die sieben 7 7 das eine Gummiente 7 7 jetzt hab ich schön so schön alle schnell gefunden ich habe auch immer nicht eine Bombe eine Bombe wahrscheinlich brauchen wir die die Nachricht merken wir immer noch eine Schachfigur noch vier Schachfiguren leider schön wäre es ja wenn es ähm nur nur eine wäre die letzte die 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 wahrscheinlich schon alle wieder gesehen und ich nicht da ist meine ganz offensichtlich 2 3 der letzte die letzte das letzte eine Katze 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 das ist doch keine Schaustes keine Schachfigur hier da gut Aufgaben Karotte Kiste was bräuchte hier ähm Gift war da oben hä an die es war Kucksuhr ich brauche ein Schlüssel um die Kuck Kuckucksuhr aufzuziehen ich meine das Gift war ähm im Lager im Lagerchen also wir brauchen einen Schlüssel da ist das Ding hessien 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 was ist warum hier nochmal Seemuschel Gift da ist noch was drin Schnecke Karotte was bräuchte hier Seepferdchen was ich erstmal ich ziehe erstmal das hier auf hey so wahrscheinlich öffnet sich da jetzt was ok doch nicht wir nehmen einfach den Kuckuck Kuckuck hä Gift war das vorher nicht das ach so das war Piraten Augenklappe ich dachte das wäre Gift aber das wäre auch ein bisschen komisch Tauben eins und zwei wo ist denn die zwei da hessien hessien hat du möhren Seemuschel Gift weil hier nicht Gift ist ja nichts da und so eine Karotte und eine Schnecke der kriegt hier wahrscheinlich die Wand hoch oder vielleicht auch doch nicht ähm Karotte gut Szene 5 und 6 abgeschlossen aktualisieren und jetzt ich sollte die Umgebung erkunden oh Milchrätsel fehlt uns noch das habe ich natürlich vorhin voll verpennt die drei Krüge fassen 3 acht und fünf Liter Milch schütte Milch aus einem Krug in den anderen bis zwei Krüge jeweils vier Littel Milch enthalten was